Ich bin der Adrian, er, und identifiziere mich als Transmann. Und seit wann identifizierst du dich als Transident? Ich finde es schwierig zu beantworten, ab wann ich mich so identifiziert habe, weil ich lang nichts über das Thema gewusst habe. Also heute ist es ja alles ein bisschen einfacher, durch Medien, durch auch im Internet, verschiedene Foren etc., sich da zu erkundigen. Und bei mir war es einfach lang so, bis tatsächlich Anfang 20, dass ich gar nicht wusste, dass es Menschen gibt, die sich als Trans definieren und dass es überhaupt einen Begriff dafür gibt, für das, was ich gefühlt habe. Also demnach habe ich mich lang einfach gar nicht gelabelt, hatte keine Ahnung, was ich eigentlich bin tatsächlich. Also für mich war es wirklich, ich bin weder Fisch noch Fleisch, wenn man das so in einem Satz verpacken müsste. Ich habe mich früher labeln lassen, und zwar von der Gesellschaft, weil ich als biologisch geborene Frau sehr früh gemerkt habe, dass ich auf Frauen stehe. Also ich habe mich immer in Frauen verliebt, und da war ich für die Gesellschaft lesbisch. Dieses Label hat aber nie für mich gepasst. Also wenn man mich gefragt hätte, hey, bist du lesbisch? Hätte ich gesagt, nee, ich bin heterosexuell und bin Mann. Also für mich war das eigentlich sehr früh ganz klar, aber es gab halt nichts, wo ich gewusst habe, okay, es geht anderen Menschen auch so, oder es gibt einen Begriff dafür, und das ist auch überhaupt nicht selten, sondern das gibt es tatsächlich sehr oft, dass Menschen genauso fühlen. Deswegen ging es ziemlich lang, und gemerkt habe ich das wahrscheinlich unterbewusst schon in meiner frühesten Kindheit. Also wenn ich heute zurückdenke, wie ging es mir da, da würde ich schon sagen, das hat in der Kindergartenzeit eigentlich schon angefangen. Und wem hast du es zuerst erzählt? Ich habe es zuerst meinen WG-Mitbewohnerinnen damals erzählt. Also ich habe den Weg, die Transition bin ich quasi angegangen, als ich noch studiert habe. Meine WG-Mitbewohnerinnen, es waren drei Mädels, die ich aber auch schon seit, keine Ahnung wie viele Jahren gekannt habe, auch über das Studium halt. Wir waren uns ziemlich vertraut, und ich habe es erst mal so in meinem ganz, ganz engsten Freundeskreis und den Leuten, die halt täglich um mich rum sind, erzählt. Die waren total entspannt damit. Also klar war es am Anfang natürlich neu, weil auch denen war der Begriff einfach nicht klar und was das jetzt alles heißt und was das vielleicht auch für mich heißt oder für die heißt. Aber da war keiner irgendwie dabei, also kein Mensch hätte das irgendwie angefechtet oder zu mir gesagt, das geht gar nicht oder ich will nicht mehr mit dir befreundet sein. Also das war so mein Rückhalt, so mein allerengster Freundeskreis. Viele haben tatsächlich auch gesagt, so diese Erleichterung, also diese, endlich machst du das jetzt oder ich habe es irgendwie immer schon gewusst und es erleichtert mir jetzt auch den Umgang mit dir, weil irgendwie für die wahrscheinlich ich auch weder Fisch noch Fleisch war jahrelang und die irgendwie nie gewusst haben, so hm, und jetzt hat es einfach gepasst. Also ich glaube, für die war es teilweise sogar eine Erleichterung im Umgang mit mir, was einfach vieles lockerer gemacht hat im Freundeskreis und ich gemerkt habe, dass das überhaupt keine Hürde darstellt, sondern eher die Tür öffnet für den Weg, den ich mir wünsche. Also von dem her war da der Rückhalt auf jeden Fall da.